Hallo, ich bin der Clemens und das ist der Startplatz am Schnabelberg im wunderschönen Mostviertel in Niederösterreich. Der Startplatz hier ist Richtung Nordwesten ausgerichtet, rechts und links von Bäumen umgeben. Also ein Schneisenstart, wobei die Bäume nicht allzu hoch sind. Das heißt, Seitenwind wird nicht ganz so schnell so kritisch wie in anderen Waldschneisen. Ja, wir haben hier eine Windstation, die ist auf Wundermap abrufbar. Ein Windsack, wie es sich gehört. Und übrigens der Blick hier nach hinten in den Süden, das geht in die Ipstaler Voralpen bzw. in die Eisenwurzen. Schöne niedrige Berge hier und ja, wenn man hier wieder nach Norden blickt, dann geschweift der Blick weit über die letzten Hügel ins flach gewählte Niederösterreich hinaus. Das Fluggelände hier ist, ich würde mal sagen, klein, aber fein. Der Startplatz ist erreichbar, zum Beispiel mit dem Auto. Dann ist, hat man hier, hier gleich nebenan einen Parkplatz, wo man in zwei Minuten zum Startplatz kommt. Ja, man kann auch zu Fuß raufkommen. Der Landeplatz befindet sich hier leicht rechts, also nordöstlich. Das heißt, man fliegt meistens nach dem Start gleich einmal rechts rum. Und da liegt der Landeplatz dann etwa zwei Kilometer und 500 Höhenmeter tiefer bereit. Ja, der Startplatz ist nicht allzu groß. Eine sehr schöne Wiese, die dann vorne rasch steiler wird. Etwas weiter unten kommt noch ein Weg, aber da muss man schon viel falsch machen, dass man mit dem noch in Kontakt kommt. Ja, hier nach Nordosten ausgerichtet. Da steht oft nachmittags durch das thermische Windsystem an Thermiktagen sehr, sehr schön der Wind an und erlaubt entspanntes, nachmittags entspannte Soaring und Thermikflüge. Und auch außerhalb der Thermikzeit bei Nordwestlagen ist das hier ein sehr, sehr schönes Gelände zum Sohren. 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 Sohren.